hallo und herzlich willkommen bei red.com gamble ich spiele heute word of tanks es ist wochenende naja eigentlich ist samstag um 1 uhr kurz vor 1 aber wochenende genau und wochenende weh word of tanks deswegen spielen wir word of tanks ich wollte heute mal kurz schauen wo ich welche noch verbessern kann der amerikaner ich kann auch den amerikaner verbessern also werde ich mir sagen ich spiele den ami also dann viel spaß drei runden mit den amerikanern ok gleich geht's los ich meine gerade nicht drei runden mit den amerikanern also ich spiele jetzt drei runden wenn ich einen sieg habe mit dem ami hier dann würde ich natürlich einen anderen panzer nehmen aber solange ich noch nicht mit dem gewinne werde ich ihn spielen den ami hier damit ich halt die mal zwei sterne wegkriege ich habe ein mittelschwärmepanzer sicherlich gesehen muss ich mir das sieht wie er da hinten runter kracht so ich werde erstmal hier den punkt einnehmen so ich werde erstmal hier den punkt einnehmen Ich werde mich ein bisschen in deinem Grund verstecken und werde jetzt zum nächsten Punkt fahren, zum Punkt B. Ok, erster Treffer. Und? Ok. Ist der Turm da einfach? Schauen wir uns mal den Rest an vom Schützenfest hier. Sieht eigentlich gut für mein Team aus. Schlecht für mich, weil ich habe wenig Schaden gemacht, dadurch kriege ich wenig Punkte. Und wenn ich mal zwei Sterne jetzt hier kriege und ich nur wenig Sterne kriege, ist es halt nicht so toll. Schwerer Panzer. Ah. Gefährlich, da lang zu fahren. Ach. Ach. Also jetzt sieht es schlecht aus. Jetzt sieht es ganz schlecht aus. Der letzte jetzt noch. Okay. Das war es mit der ersten Runde. Wir schauen uns mal die Bewertungen an. Ich bin bestimmt der Vorletzte oder so. Hoffentlich nicht der Letzte. So drei Medaillen. 313 Sterne. Vorletzter. Habe ich mal gut geschätzt. Habe ich mal gut geschätzt. Dann würde ich mal sagen, geht es weiter mit der nächsten Runde. Weiter jetzt mit der zweiten Runde. Wir gehen alle nach rechts, ich ganz alleine links. Ganz schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt einmal von hinten abschneiden, abschneiden Okay, alle vier sind da Er ging voll durch Ihre Panzerung Er steht in Flammen Zirkungstreffer Bleib doch mal kurz stehen Am besten auf der Kette schießen, ja Okay, machen die schon Wir haben sie voll erwischt Oh, das wird schnell für uns Volltreffer Okay Okay Warum? Warum? Du bist Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet Abstauber So, damit wäre der 2x-Stern jetzt weg Dann suchen wir uns gleich ein neues Pferd aus Nummer 3 Von meinem Team Oder von allen? Ich denke von allen Bestimmt von allen Oh Eigentlich Nummer 1 Würde ich sagen Ah ne, der hat mehr Schaden gemacht Also Nummer 2 Gut, dann würde ich mal sagen Bis gleich in der nächsten Runde Okay, ich würde mal sagen Ich werde mit den Basteroid spielen Und mal schauen wie die Runde wird Bis gleich Okay, wir sind da bei Der dritten Runde Mit dem Blasteroid Oder wie der heißt Oder wie der heißt Soll ich nach H gehen? Ich bin hier schon bei C Boah Da ging voll durch ihre Panzerung Wir haben sie Okay, noch ein Schuss Dann ist er down Let's go, schneller nachladen Mensch Einer weniger Okay Down ist er Mit High Speed da oben fahren Noch so eine und die sind fertig Mit High Speed da oben fahren Aaaaaah Klärungstreffer Okay Mit High Speed da oben fahren Guck mal Da oben fahren Weiter fahren Guck 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 Der ging glatt durch. Volltreffer! Ah, Mist. Wir müssen querstellen. Mist, 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 Mist. Ah, Mist. Das muss reintun. Nee, das gibt's doch nicht. Ich mache keinen Schaden. Okay. Noch einmal, dann ist er da unten. Let's go. Kicker-Fahrzeug ausgeschaltet. Noch zwei da. Drehen wir schneller. Erstmal die Flagge einnehmen. Bei ganz schön 585 Punkte. Dann geht's. Ja, dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Dann geht's. Du bist erst kaputt. Nee, doch zwei. Einer nicht. Doch zwei. Okay, jetzt in den Turm rein. Über den Abo holt das. Darf ich nicht hinschießen? Den haben wir fertig gemacht. Jawohl, Sieg. Das war gut gewesen, das war sehr gut. Schön, freut mich. Oh nee, du mein Schwein. Mein Primarkont ist abgelaufen. Das muss ich mir auch gleich anschauen. Da gibt es mehr Punkte. Und, jawohl, 2500. Hey, ich bin der Beste. Warum stand bei mir nur die Zweiter? Na ja, egal. Ich würde mal sagen, das war es dann für heute. Ich würde... Dankeschön fürs Zuschauen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020